Ruhe und Stille neben dem Fluss Berger Ausgezeichnete Unterkunft Pflege und persönliche Betreuung von denen, die ihre Arbeit 25 Stunden täglich lieben. Ausgezeichnete Bedienungen sind genau, was man für eine schönere Bejahrheit braucht. All das ist kein Märchen, sondern Realität. Das Altenpflegeheim Snezhanakaprajanko befindet sich in Srenjanin, Mileticeva Straße 51. Versteckt und verstaut in idealischer Atmosphäre. Im Unterschied zu anderen herrscht hier eine familiäre Atmosphäre. Hier fühlt man sich überall wohl. Das Altenpflegeheim verfügt über ein Wohnzimmer mit Esszimmer, neun Schlafzimmer und zwar vier Doppelbettzimmer, drei Drei-Bettzimmer und zwei Vierbettzimmer. Die Unterbringungskapazität beträgt 25 Bewohner, um die sich unser Team von 16 qualifizierten Mitarbeitern kümmert. Falls Sie darüber nachdenken, wo Sie Ihren Leben als nötig besorgen könnten, um Ihnen im Alter das Leben zu erleichtern, haben wir für Sie die richtige Losung hier in Banat in Voivodina. Neben der Qualität der Dienstleistungen bieten wir auch die günstigen Preise an. Unsere Telefonnummer sind plus 381 23 60 49 24 und plus 381 63 66 7 201 und e-mail skjankov13 at gmail.com Untertitelung des ZDF, 2020